Ach ne, ich vergaß. Tot. Und getroffen. Ah, das ist natürlich middelfair. Ich has... Ich kriege einen Urlaubs. Ach klar. Warum nicht? Verleugne doch deinen Vater. Okay. Fotzenkopf. Mach jetzt. Hör auf mich zu tönen. Nein, ich wollte nur, dass du über die Scheiße springst. Wow. Cool story, bro. Springen wir doch über die Scheiße. Ich mach dir doch nicht den einfachsten. Ich mach dir doch nicht den schweren Teil, damit du am Ende Absahn zu rufen könnt. Boah. Oh. Ey, ich spring dir einfach mal über die Map. Oh. Ich kann nicht gesehen. Ich verreckst du an den Teilen. Danke. Wie oft kann man eigentlich schwarz werden? Stehe ich gar nicht. Fuck, ich weiß es auch nicht. Boah. Wann du, und so? Klar. Warum auch nicht? Klar. Warum auch nicht? Warum auch nicht. Sag mal. Same wie gay? Schwul und behindert? Ja, frage ich dich. War es fast draußen, ganz knapp. Vielleicht weiß ich noch nicht, was ich machen soll. Ob ich meinen verfickten Player gegen den Monitor treten soll oder was? Gut. Richtig klar. Der war auch nice, ne? Aber ich mein, hey, wir sind hier behindert, anstatt dass wir den Bass einfach mal so machen, dass wir ihn töten. Nein, ich bin der Legomane. Boah, bei mir wurdest du dreimal erwischt. Ach, und jetzt auch. Einmal. Loil, was wandert? Zusatzfeatures mit mehr Legs und weniger Spaß. Ich bin der so, ich bin der so geil, ne? Die Schlampe wirft er erst nach oben und dann nach rechts. Oh, boah, boah, boah. Das schaffst du. WTF? Nimm der mich und wirf mich weg, wie geil. Das war, weil ich alles wie behindert gespammt hab. Ey, ich könnte meine Nagelpfeile nehmen und sie woanders hinlegen, damit ich da nicht reinschlag. Das wird dir gar nicht gefallen. Boah, ey. Gugend, ey. Ich bin nicht verweckt da dran. Klar. Waren die schon mal so schnell? War ich überhaupt schon mal? Nein. Jetzt kommen auch nicht die lilanen Wolken. Ne? Ne, sag ich doch. Warum nicht? Guck mal, wo ich bin. Pass auf. Wo auch immer das ist. Da ist das. Scheiße. Oh. Dann bin ich überhaupt keine Chance mehr abzunehmen. Oh, gleich kommt er wahrscheinlich noch ein Ding. Nein, das ist die letzte Phase, du Mongo. Okay, dann tut's mir leid. Du hast noch viel Spaß beim verlieren. Ups. Komm, gib mir einfach die 2-8-State. Ich spiele das Spiel durch. Nein. Ich hab hier kein einziges Mal geschafft. Dann lad mal. Mal gucken, wo wir dann sind. Ungefähr Level da mit der Fliege gegen Ende. Stimmt, ich habe da gespeichert, als du gerade die Gitarre gespielt hast. Ah. Und mein Player hat sich wieder abgemacht. Aber brauche ich ja jetzt eh nicht mehr. Klar, ich meine, die Stelle sind die links oder rechts hin. Komm, mach mal spannender, gehen wir mal direkt zum Kong. Dabei ist es dick. Klar, brauchen wir nicht. Klar. Hat mich gar nicht irritiert, die Scheiße. Das ist gut. Ich freue mich, wie ich da dann vorbeikommen soll. So wie vorhin? Da habe ich das geschafft? Ja. So wie jetzt? Da hat er versucht, ob es sich zwei gegenseitig aufheben. Ob es sich zwei gegenseitig aufheben? Nein. Klar, sammle alle ein. Jetzt geh auf die andere Seite. Schnell. Zu gut langsam. Habe ich gemacht. Also bleibe ich jetzt rechts die ganze Zeit. Rechts ist anscheinend doch die richtige Richtung. Nein, der portet sich dahin, wo deine Mutter anschaffen geht. Du wärst rübergekommen. Ja, weil er nicht. Doch. Jetzt kannst du noch links. Zu spät. Speicher. Ich habe nicht gespeichert. Gut. Aber guck mal, wo der mich rauswirft. Der wirft mich vorne raus. Da ist er noch. Klar, das geht doch gar nicht. Klar. Brauchen wir nicht. Ja, guten Tag. Grüß Gott. Guck mal, beim Fliegen sollte der mich noch schneller kriegen. Oh. Gar nicht unfair. Der Wichser. Ich darf dann nur nicht kriegen, diese Pest. Dann ist alles okay. Cool daran. Klar. Das geht gar nicht. Und du bist sicher, dass ich das schon mal geschafft habe? Du hast es geschafft. Ich schwöre meine verfickten Judeneier da drauf. Oh. Ich dachte, das geht. Ich kann mich also nicht davor verstecken. Ich könnte höchstens springen. Klar. Wurde ich ein bisschen nach rechts gegangen. Hättest du vielleicht noch. Hätt ich auch. Du hättest jetzt drüber sollen. Ich weiß, hätt ich auch. Hätte, hätte, hätte. Fass aber nicht. Hättest du da nicht reinfliegen sollen. Ach. Danke für diesen wettvollen Tipp. Speichere jetzt mal, damit du ihn mal laden kannst. Ja, ich will hier speichern. Aber bei so behinderten Stellen, da kann ich gleich den Holoclaus verleugnen. Speichere sofort, wenn der fertig geladen hat. Ich bin in Sicherheit hier. Oh, ich hab auch geladen. Gewohnheit. Hier sitzt du jetzt mal speichern. Spastik. Spastik. Klar. Internet. Ne? Ist vor Porn? Vielleicht wär's mal Einfach springen Ein guter Tipp Spring nicht in die Wolken Nein, einfach springen Pass auf Fast Ja, du musst ein ganz bisschen mitbewegen, Mongo Halt die Fresse Hast du mich gerade Mongo genannt? Mongo-Affe? Nein, nur Mongo Ich hab was probiert, was nicht ging Okay Wenn der unten ist Oder wenn der oben ist Muss ich drüber springen Warte mal Nö, geht Geht einfach nicht Deswegen hast du's auch schon geschafft Nein, hab ich nicht Unglaublich Ist wirklich geil, die Stelle Ich bin voll der Fan davon Nö Und danach direkt speichern, wenn ich das schaffe Danach kannst du direkt sagen, dass wir es geschafft haben Klar Ist ja auch so schwer Aber nein, du musst alles verkacken Warte B B B A B B Ich weiß Nicht Den selten Rom c passiert du kannst am besten schulden er hat mich direkt getroffen das ist aber ich habe heute ist es auch so wir haben gott und ein Stück das geht nicht der Trick hat nicht funktioniert wenn ich dich hätte könnte ich dich drüber werfen aber nein du bist schon tot im Moment werden wir sind in dieser Achtung gar nicht schnell kann ich nicht über ihn springen die Klöten und schon soll ich monster mein gott speichern ich jetzt stehen wir wieder drin ich war gerade auf dem desktop kann man das schafft das war der vorführeffekt klar und die Leute gucken mir auch nicht zu ja später so da zählt das nicht ich wusste es ja weil ich meine Hoden drauf verwenden können ja du wolltest die spielen die 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 die